Willkommen zurück zu SimCityBuilded. Ja, ich habe nur eine Fabrik gebaut. Davon eine Menge Sachen. Also unsere Versorgung ist fürs Erste wiederhergestellt. So, und ich habe was heute in der Folge vor, nämlich das hier. Einfach mal die ganze Map umdrehen, wie das dann ist. So, wir können Katastrophen machen, wir können eine goldene Truhe einsammeln und ja, das Stadtlager ist voll. Außerdem können wir hier einen goldenen Schlüssel bekommen. Wir brauchen noch zwei Stück. Dann können wir uns endlich hier bei der Bildung die Universität holen. Wenn wir die Universität haben, können wir beim Strom endlich nach langer Zeit die Kernfusionsanlage ausprobieren. Grün, sauber und brutal, die Kraft der Natur. Aber dafür habe ich nicht genug Kohle. Also brauchen wir erstmal ein bisschen Kohle. Das war gerade bei uns die Klingel, die Klingelanlage. Und, oh, Leute, schaut mal, eine Parade. Es kann sein, dass es jetzt ein bisschen laggt. Das war schon die ganze Zeit so. Ich habe schon zehn Paraden oder so gesehen und es hat immer laggt. Warum habe ich so viel Glas? Egal, verkaufe ich einfach mal. Ich mache es auch nicht mehr ganz so teuer wie vor kurzem, weil es kauft dann keiner. Und ihr seht hier 163.000 Bewohner. Das heißt, wir haben London freigeschaltet als Flugziel. Ich habe schon eine Sache gemacht, aber ich glaube, die anderen schaffen wir nicht. Finde ich ein bisschen schade, aber dann kriege ich wenigstens ein bisschen Geld. So, ich habe schon, ich habe jetzt schon eine Weile gelabert. Ähm, wie wäre es, wenn wir jetzt mal langsam was machen. Oh, vielen Dank. Ja, das habe ich fast vergessen. Hier. Ah, nee, ähm, hier. Hat mich jetzt verwirrt. Erweitern. Nehmen wir mal direkt Straßen und... Ups. Ähm. So. Ziehen das mal da lang. Dann können wir die ganzen Fabriken auch mal ein bisschen verschieben. Ihr seht, ich kann noch eine Fabrik bauen. Aber ich habe nicht genug Kohle. So, dann mal kurz gucken. Hier. Ah, okay. Vier Kameras fehlen dafür. Und hier. Oh, ein Rad. Hier ist ein Video. Okay, Leute. Ähm, ich mache einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Ich sehe mir das Video an. So, da bin ich wieder. Ähm, ich hoffe, ich bekomme einen goldenen Schlüssel. Komm schon. Ah, ein Schloss. Ah, okay. Ah, da wäre der goldene Schlüssel gewesen. Kann ich irgendwas upgraden? Nein. 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 Das auch nicht. Auch nicht. Wow. Ja, ich habe hier schon ein London-Town-Gebiet gebaut. Aber, ja. Ja. Kommen wir mal wieder nicht vorwärts. Nein. Ich will die Samen da haben. Danke. Damit ich hier das da machen kann. Startlagerfeuer. Okay. Dann müssen wir noch was verkaufen. Äh, lol. Okay. Das war so nicht geplant. So. So. 3, 2, 1 und 3, 1, 2 und dann nochmal 3 und dann nochmal 3 und dann nochmal 3 und dann nochmal 2, dann nochmal 1. Dann 1, dann 3, dann 1 und dann 2. Ups. Lol. Okay. Keine Ahnung. Ja. Tipp. Werbeclips komplett ansehen, um Produktion automatisch abzuschließen. Will ich gerade nicht. Ich nehme gerade auf. Okay, gut. Goldene Truhe. Goldene Truhe. Ja, ein goldener Schlüssel. Yay. Danke für den Knopf oder für die Fernbedienung. Okay. Wir brauchen noch ein Gemüse. Hier. 16 Minuten. Mal gucken. Mal gucken. Ah ja, ich habe auch Lama-Tempomarken freigeschaltet. Hauen wir mal eins davon rein. Dann haben wir am Ende der Folge eine Universität. Mal gucken. Was ist das hier? Stadtgebiet-Paket. Ah, nee. Nee, nee. Fabriken. Ja. Kann. Ich kann nur eine Fabrik bauen. Schon klar. Ja. Geht nicht. Und das hier. Geht auch nicht. Okay. Ja. Was bleibt uns da noch anderes übrig? Mal gucken, was hier alles noch ist. Pariser Viertel. Flughafen. Wutturm. 3 von 5 Katastrophen. Gut. Katastrophen sind da. Ah, und ich muss den erstmal ausbauen. Ach, Mann. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Boah. 260.000 Bewohner. Das ist eine ganze Menge. Ah, ja. Frachtschifflieferung habe ich angefangen. Und hier habe ich was freigeschaltet. Das hier. Bauen. Hinterhof Basketball. 930 nur. Okay. Bringt nichts, wenn ich das hier hin mache. Bringt das noch weniger. Ach komm, ich lasse einfach hier. Basketballspieler. Okay. Ja, also man sieht kleine Punkte, die anscheinend Menschen sind. Und ist hier gerade eine Denkblase verschwunden? Okay. Okay. Mal sehen, wie weit das ist. Mal sehen, wie weit das ist. Braucht noch etwa 6 Minuten. Stadtlager voll. Okay. 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 Es leckt gerade ziemlich. Ah, Mann. Okay. Ich mache einen kurzen Cut, bis diese Parade vorbei ist. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Die Parade hat sich verzogen, wie ihr seht. Ich mache jetzt einfach mal ganz klassisch Meteoriten, auch wenn es mir nichts bringt. Ich bringe eh nur einen Punkt. Also macht das nicht wirklich einen Unterschied. Meteoriten. Und hier sieht es ganz anders aus. Ah, man sieht die Meteoriten nicht wirklich. Kommen ja normalerweise von links oben. Oh. Plötzlich von rechts. Oha. Stimmt ja. Die sind ja jetzt auf Stufe 2. Deshalb haben die jetzt 3 Häuser niedergerissen. Uh. Das kann ich direkt machen. Nice. Oh. Und dafür fehlen natürlich 4 Nägel. Dauert vielleicht nicht lang, aber ist trotzdem ein bisschen, naja, viel. Eineinhalb Minuten noch. Okay. Eineinhalb Minuten noch. Oh nein, was sehe ich da? Eine neue Parade. Super. Es ziehen Sims aus. Achso, wegen der Katastrophe. Ja. Es fehlt nicht mehr viel, Leute. Es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt nicht mehr viel. Oh. Wie weit sind wir jetzt? Jetzt sind wir etwa bei 11 Minuten 30. Wenn ich mich nicht irre. Okay. Leute, ich guck mir das Video an. Bis dahin hat sich die Parade hoffentlich verzogen und ähm, das Gemüse ist fertig. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Diesmal. Nehmen wir das Mittlere. Yes. So, Leute. Da bin ich wieder. Hat ein bisschen jetzt gedauert. Bekommt ihr aber ja nicht mit. Da das für euch nur ein kleiner Cut ist. Ah ja. Ähm. Hab ein paar Sachen verkauft. Mein Stadtlager ist immer noch voll. Und es laget schon wieder. Weil da gerade wieder eine Parade startet. Genau da. Aber hey. Wir können endlich nach so langer Zeit die Universität bauen. Endlich können wir saubere Energie bekommen. Das hat jetzt extrem lange gedauert. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber. Endlich ist es ja soweit. Oha. Meine Güte. Ich glaube, ich tausche das dagegen gleich noch aus. Oder. Wie groß ist denn der Radius? Äh. Hier stelle ich es hin. Das Teil ist einfach so gigantisch. Es ist so ein riesiges Gelände einfach. so unglaublich. Wo stelle ich das dann jetzt hin? Ach komm, ich lass es da. So, jetzt habe ich gleich zwei goldene Schlüssel. Ich glaube, ich hätte eher, ich hätte mir eher die andere Sache holen sollen. Oh. Wettkampf abgeschlossen. Mittlerer Preis gewonnen. Äh. Okay. Äh. Zwei Lama Tempomarken. 25.000 Simoleons. Vielen Dank. Und ähm. Drei goldene Schlüssel. Cool. Kleinstadt-Liga aufgestiegen. Ähm. Ja. Ich wollte das hier machen. Äh. Nicht das. Sondern. 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 das da. Das hier unten. Warum hat das jetzt nicht gezählt? Ich habe doch gerade ein Frachtschiff abgeschlossen, oder nicht? Irre ich mich da? Na gut. Egal. Stadtlager voll. Okay. Dann gucken wir mal kurz, was die Bürger alles so brauchen. Oh. Ähm. Fertige Stelle. Hier. Smoothie Stahl. Smoothie Stahl. Donut. Donut. Gemüse. Backsteine. Donut. Leiter und Holz. Gras. Mehl und äh. Kanne. Gras. Und das war's schon. Okay. Es ist ziemlich viel. Dasselbe. Was fehlt hier? Ah. Backstein. Ähm. Gemüse und. Nagel. Was fehlt hier? Ja. Ja. Okay. Hm. Okay. Hm. Das war's mit der Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und. Oh. Äh. Ganz vergessen. Diese Folge hier. Wenn ihr rauskommt ist die neunzehnte Folge. Jetzt hab ich endlich mit SimCityBuilded die meisten Folgen auf meinem ganzen Kanal. Guckt es euch auf Youtube an. Dieses Let's Play hat die meisten Videos. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss. Tschüss. Gibt's mit Oraj. Jok Tag. Mästern und A Tk Mästern. Sow Vamos tribe. Goldman Deutschen. Jok diseases.